Mein Vater hat immer sehr, sehr kleine Autos gekauft, sehr günstige Autos, er war ein sehr günstiger Mann. Wir hatten also alles, um zu Hörgratzhausen zurückzukommen. Ich war ungefähr sechs Jahre alt und wir packten das ganze Auto voll von Sachen. Wir packten, packten, packten und wir packten das ganze Auto so voll, dass es uns nicht mehr gibt. Der Pannendienst kommt in einer halben Stunde. Wenn das so weitergeht, kommen wir gerade noch rechtzeitig zum Ringetauschen. Dir wäre es doch gerade recht, wenn wir noch die ganze Hochzeit verpassen würden. Warum bist du so giftig? Meinst du, ich weiß nicht, warum du die ganze Zeit diese Musik hörst und von Trinidad schwärmst, als wär's das Paradies auf Erden? Führerschein zurück. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich allerseits. Mein Name ist Lutz Tase und ich darf sie alle recht herzlich begrüßen zu unserer Schulung hier am Montagmorgen im Büro. Wie ihr schon bereits angedeutet, haben wir letzte Woche eine hervorragende Bilanz ziehen können. Über 500 verkaufte Staubsauger. Und zwar nur noch eine Presse- und nicht die L accessories! Grazieben. Wie hat ich viele Leute an LANED? ...to sell the software that we've developed, you can easily get between 3 to 5 million dollars for this software. Good boy, Romeo. Good boy. Good boy.